Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Video über Videotechnik. Ich bin Markus Klein und freue mich sehr, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wir betrachten uns, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Dort habe ich kurz erklärt, wie man konkret die Videosignale aufteilt. Und wir gehen auch jetzt direkt über zum analogen Broadcast-Signal und schauen uns einmal an, welche Signale es hier konkret gibt. Dabei fangen wir halt eben an mit dem hochwertigsten Broadcast-Signal, dem RGB-Signal. Danach folgt das Komponente-Signal, das Y-UV-Signal, das SVS-Signal, YC und letztendlich das Komposite-Signal mit F-Bus. Jetzt ist die Frage, wie kann man sich das konkret vorstellen, wenn ein Signal produziert wird. Klassischerweise schauen wir uns hier dann erstmal den Kamerakopf an, einer Broadcast-Kamera und sehen halt eben, dass hinter der Optik ein Prismenblock ist, welcher das Licht aufteilt in seine drei Bestandteile, Rot, Grün und Blau, um dann halt eben von den dementsprechenden Sensoren erfasst zu werden und zu einem Videosignal umgewandelt zu werden. Dazu kommt noch das Sync-Signal. In sehr vielen Fällen wird das Sync-Signal in das grüne Signal mit integriert und man spricht hier halt eben von einem Sync-on-Green-Signal. Jetzt ist es so, dass das Videobild sich dementsprechend zusammensetzt aus einem roten, einem grünen und einem blauen Bestandteil. Beim nächsten Mal möchte ich zeigen, dass diese Bestandteile nicht gleich gewichtet sind, sondern unterschiedlich gewichtet sind, was sehr wichtig ist für die Generierung des Komponentensignals. Was haben wir heute gelernt? Heute haben wir gelernt, wie das Broadcast-Signal sich zusammensetzt und welche Signale es konkret gibt und dass das hochwertigste analoge Broadcast-Signal, das RGB-Signal, sich aus den drei Farbkomponenten Rot, Grün und Blau zusammensetzt. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann die Gewichtung an und wie man mathematisch auch einen Farbbalken daraus generieren kann. Ich bedanke mich sehr, dass ihr zugeschaut habt, hoffe es war interessant für euch und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Bis dann auf Wiedersehen.